. 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 Ja, dass ich so viel erlebt habe, das ist eigentlich meine Abenteuerlust zugeschrieben. Ich war von Kind auf ein abenteuerlicher Typ, schon von kleinem an. Schon mit zwei Jahren habe ich den ersten Ausflug gemacht, bin ich abgehauen zu Hause und bin 20 Kilometer weit, oder 22 Kilometer weit gemarscht. Und das war eigentlich mein erstes grosse Abenteuer, das ich gemacht habe. Und dann hat sich das über das ganze Leben hinweg, hat sich das einfach so erhalten. Das hat eigentlich nichts zu tun gehabt mit meiner Mission, mit dem was ich machen muss als Künder. Oder wie sie so sagen, als Prophet, sondern es war meine reine Abenteuerlust. Unter das, dass du ins Ausland gegangen bist und dann eine schwierige Situation hinein, hast du natürlich entsprechend Sachen erlebt. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Das war also nicht eine Absicht? Das war nicht eine spezielle Absicht, nein. Die Reise an und für sich war vorprogrammiert, dass ich auf Reise gehe. Aber mit den Abenteuern, die ich dann erlebt habe, habe ich dann eigentlich nichts zu tun gehabt. Gut, und dann hast du ja jetzt mit Pleario Kontakt. Und dann ist die Frage, warum bist du nicht mit ihnen fortgegangen? Und dann hast du ja eigentlich entschieden, dass du hier bleibst. Ja, einerseits ist es ein Ehrenweg. Ich bin ein Erdling, ein geborenes Erdling, auch wenn meine Geistform aus der jüdischen Ursprung ist. Und ich fühle mich da als Barbar. Unter den Barbaren fühle ich mich sehr wohl auf der Erde. Und ich habe da meine Familie, ich habe da meine Freunde und Freundinnen und alles zusammen. Und das ist der eine Grund, der mich da halten tut. Und der andere Grund, der sehr wichtige Grund ist der, weil ich da als Künder oder wie man so sagt, als Prophet meine Mission zu erfüllen kann. Ja. Dann die dritte Frage ist, warum tun sich die Ausserirdischen nicht allen Leuten zeigen? Sie haben einerseits kein Interesse daran, weil sie mit mir alleine konnektiert, also verbunden sind. Und nur mit mir zusammen diese Aufgabe erledigen, die mit der Mission in Verbindung ist. Und sie haben kein Interesse daran, mit der jüdischen Menschheit in Kontakt zu treten. Denn die ist gegenüber ihnen, ist die bewusstseimmässig noch sehr unterentwickelt. Und eben, was ich schon vorhin gesagt habe, es ist eigentlich ein Palparanwesen da unten für sie. Und sie haben auch gemäss ihren Direktiven kein Recht, mit menschlichen Völkern, mit irgendwelchen Rassen usw. in Verbindung zu treten, die unter ihrer Entwicklung stehen, wo sie sagen, es ist gut, wenn wir offiziell Hilfe leisten können. Ich bin ein Erdling, ich bin kein Ausserirdischer. Mein Körper ist irdischer Natur und nicht ausserirdischer Natur. Das Einzige, was ausserirdischer Natur ist, das ist meine Geist. Und ich möchte auch nicht irgendwelche mehr Recht haben als jeden anderen Erdemenschen. Wäre es überhaupt möglich für Sie, dieses Leben zu verlängern? Es wäre möglich für Sie, aber das widerspricht mir der Einstellung. Und ich will das nicht haben. Ich bin ein Erdling und ich will nicht mehr Recht haben als jeder andere Erdling auch. So einfach ist das. Dann geht es um einen Supervulkan im Yellowstone Nationalpark in den USA. Ob der noch ausbreche zu deinen Lebenszeiten? Soviel ich weiss, passiert das nicht mehr zu meinen Lebenszeiten. Ausser dich müsste sehr viel älter werden. Aber meines Wissens kommt der Yellowstone-Ausbruch erst sehr viel später. Er ist ja bereits rund 700'000 Jahre überfällig. Aber zu meiner Zeit, soviel ich weiss, ich weiss es nicht genau, aber zu meiner Zeit denke ich nicht, dass der noch ausgerissen ist. Das ist wahrscheinlich eben weiter Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, ich weiss es nicht, ich habe auch nie danach gefragt. Und so muss man die Frage eigentlich offen lassen. Ja. Dann haben wir hier von einem Mädchen eine Frage, ob es Feen gibt. Feen in dem Sinn, wo die Menschen das verstehen, sind das Fantasie gestalten. Das sind Märchen gestalten und so weiter, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Das sind also reine fantastische Erfindungen von Menschen. Die nächste Frage ist, kann ein Mensch zwei Geistformen haben? Nein, das ist absolut unmöglich. Es kann nur eine Geistform in jedem einzelnen Menschen sein. Und wenn irgendwelche andere Sachen auftreten, dann sind das Bewusstseinsstörungen, die verschiedene Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen. Weil, wie soll ich sagen? Weil eben durch die Bewusstseinsstörungen ein personeller Schaden entstanden ist, wo die Persönlichkeit aufsplitten in verschiedene andere Persönlichkeiten, wo also zum Beispiel 5, 6 oder sogar 20 oder 30 verschiedene Persönlichkeiten zum Ausdruck kommen. Aber das ist eine reine Bewusstseinssache von jedem einzelnen Menschen, der nicht irgendwie eine andere Geistform oder einen anderen Menschen, der drinnen spielt. Weil es ist schizophren. Oder schizophrenisch. Das ist ein Aspekt der schizophrenischen Persönlichkeit. Genau. Und es ist also absolut unmöglich, dass zwei Geistformen gleichzeitig im gleichen Menschen existieren können. Das ist nur möglich, wenn siamesische Zwillinge sind, wo zum Beispiel zwei Köpfe sind oder zwei Köpfe mit zwei Körpern usw. oder sogar drei Köpfe oder drei Körper usw. 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 Dort ist in jedem Kopf eine eigene Geistform drin. Jedes Hirn hat eine Geistform. Richtig. Jawohl. Und nicht mehr. Und alles andere, was da das Tag treten tut, wie zum Beispiel durch den Unsinn, den den Katholizismus betrieben tut, mit seinen Beschwörungen und Geister und Teufelsaustreibungen und alles das, das ist blanker Unsinn. Es kann kein bösen Geist, das gibt es schon gar nicht, denn jeder Geist ist absolut neutral. Es kann also keine andere Geistform im Menschen sein, als seine eigene. Es gibt keinen Tyfel, der besitzen, ergreifen vom Menschen. Es gibt keinen lieben Gott, der besitzen, ergreifen vom Menschen. Der Mensch hat ein eigenes Bewusstsein, er hat eigene Gedanken, eigene Gefühle usw. 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 Und mit dem tut er leben und hausasten. Und was Teufelsaustreibungen sind, Exorzismus und alles das, das ist dem blanken Unsinn. Weil es eben keine zweite Wesenheit, keine zweite Geistform im Menschen gibt, als seine Ureigenheit. Danke. Dann Kladena Karina, das Mädchen, die hier zu dir gekommen ist, die Elfjährige, das hat natürlich sehr Interesse gewickt. Wie hast du sie erlebt? Also wenn jetzt ein irdisches Mädchen nehmt, die elfjährig ist im Vergleich zu ihr, ist da frappant ein Unterschied? Sagen wir jetzt vom Ausgesehen her, oder vom Reden? Vom Ausgesehen her ist eigentlich kein Unterschied. Es sind Menschen, die Jahre sind Menschen, wie wir Erdenmenschen auch. Der einzige Unterschied, den ich bei Ihnen festgestellt habe, und das ist nur bei den Semiasen, die ein bisschen verlängerte Ohrläppchen haben. Aber sonst alle anderen, das sind ganz normale, wir Erdenmenschen auch. Und wir haben auch hier unten Menschen, die verlängerte Ohrläppchen haben, was aber nichts damit zu tun hat, und dass sie sonst verlängerte Ohrläppchen wären und verleten. Und das Mädchen habe ich ganz normal und ganz natürlich erlebt. und der Unterschied, was zu unseren Kindern im Alter von etwa elf Jahren ist, ist ganz einfach der, dass ein grosser Respekt vorhanden ist gegen die Mitmenschen, gegenüber mir, gegenüber dem Da, der auch involviert ist und andere. Und dass ein viel grösseres, umfängliches Wissen vorhanden ist, als bei unseren Kindern. Sie sind also mit elf Jahren, sehr viel weiterentwickelt in Bezug auf Wissen und Weisheit und so weiter und so fort, als das unsere Kinder sind. Die werden aber grundsätzlich auch anders erzogen als unsere Kinder auf der Erde. Die werden von klein auf geschult, es wird ihnen alles beigebracht, was notwendig ist, für das Leben, für das Wissen, für den Umgang mit den Mitmenschen, mit der Umwelt, mit den Tieren, mit den Pflanzen und so weiter und so fort. Das Wissen ist also sehr viel grösser. Man kann ein elfjähriges, pleiarisches Kind in dieser Beziehung nicht vergleichen mit einem Kind, das auf der Erde geboren ist und von irdisch erzogen worden ist, also von den irdischen Eltern erzogen worden ist. Und ein sehr grösseres Wissen hat, als so ein irdisches Kind. Das hat ja auch, wenn man den Kontaktbericht liest, eine sehr hochstehende Sprache bei einem Auffall für so ein Kind. Das ist genau. Und das Kind, das hat ja extra Deutsch gelernt gehabt, das hätte hierher kommen können und einen Besuch machen können. Und es hätte also wirklich perfekt Deutsch gelernt. Hochdeutsch. Hochdeutsch, ja. Also nicht Schweizerdeutsch, sondern Hochdeutsch. Und das, was sie gelernt hat, ist also wirklich perfekt. Da könnte zum Beispiel ein elfjähriges Kind von uns hier auf der Erde noch und man könnte das beste Beispiel nehmen in Bezug auf das Lernen von einer Sprache und auf allgemeines Wissen usw. 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 Wenn ich, äh, möchte, äh, einen Vergleich zu sehen mit dem Alter, dann möchte ich sagen, man müsse sicher noch 25 bis 30 Jahre dazu legen, um das Wissen und der Anstand, der Respekt, der Umgang und die Sprache äh, können zu vergleichen mit dem elfjährigen Kind. Das ist ein rechter Unterschied. Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied. Man hat gemessen, man gehört es schon aus, wie sie reden, oder? Ja. Aber, äh, aber, äh, es ist ein Kind, es bleibt ein Kind. Auch wenn das grosse Wissen und alles vorhanden ist, oder? Es ist ein Meiterchen von elf Jahren. In Bezug auf das ist eigentlich kein Unterschied zu einem Meiterchen von elf Jahren, den wir hier haben. Es ist einfach ein elfjähriges Kind. Wir haben nur eben ihren ganzen Stand von Wissen und Weisheit usw. Und von Anstand, Respekt und alles zusammen. Das ist, äh, ein Punkt, wo man noch 25 bis 30 Jahre hinzusetzen. Und dann immer vorausgesetzt, dass auf der Erde so einen Menschen wirklich intensiv lernen würde. Und das so würde, um die Ausdruck zu bringen, wie es das Meiterchen hätte können. Hatten Sie auch einen Raumangezug angehabt? Ja. Also, wie die alle anderen anmessiert sind? So ein Grauer. Ja, so ein Grauer. Ja, so ein Grauer. Ja. Kommen wir noch auf die Erde, werde ich nicht fragen. Komplex, da geht es eigentlich darum, wenn wir die Situation auf die Erde ansehen, mit der Rübenbevölkerung, mit dem Klimawandel, mit der Gewalt usw. Was würdest du einem Kind oder einem Jugendlichen für einen Ratschlag geben? Wie soll es den Menschen in die Zukunft schauen, was soll es machen? Mit der Person. Im Hinblick auf alle die Probleme, die sind. Dass er sich diese Sachen grundsätzlich durch den Kopf durchgehen lässt. Dass er darüber nachdenkt und selber schaut, was es besser machen kann, um eine Änderung bei sich selbst zu vorrufen. Und auch bei den Mitmenschen, die es rumgegangen hat. Dass er auch dort seine Gedanken, seine Entschlüsse und Entschlüsse und alles zusammen, was erarbeitet wird, durch ihre Gedanken und Gefühle auch weiterverbreiten. Und die Nächsten involvieren in das eigene Denken, in das eigene Verhalten, in das eigene Wissen, in die eigene Weisheit, in die eigene Lieder und so weiter und so fort. Damit die anderen Menschen, die Mitmenschen, können lernen von ihm. Und die Sachen, die wirklich gut und positiv sind, von diesem Kind auch annehmen. Und für sich selbst umsetzen. Und nacheifern. Und das dann wiederum auch weitertragen. Und wenn man jetzt speziell noch die Überbevölkerung rausnimmt, was jetzt grundlegend ein Problem ist, wie soll es da in die Zukunft schauen? Bei der Überbevölkerung ist es einfach so, dass ein Kind darauf schauen soll, dass es der Einst, wenn es ins Alter kommt, wo es heiratet wird, wo es selber Kinder hat, selber Familie gründet, nicht mehr Kinder auf die Welt stellen, als das, wie soll ich sagen, als das angebracht sind in der heutigen Welt. Und das sind, zur Zeit, in der so eine gewaltige Überbevölkerung ist, so wenige Kinder wie möglich auf die Welt stellen. Und wenn schon eine Rechte in die Ehe geführt wird, das ist natürlich immer eine Verlussetzung, dass nur dann Kinder auf die Welt gesetzt werden, wenn eine Rechte in die Ehe geführt wird, und alles in Ordnung ist mit den ganzen Familien, dass dann pro Familie nicht mehr als drei Kinder auf die Welt gestellt werden. Aber in der heutigen Zeit, in der so eine gewaltige Überbevölkerung ist, ist es eigentlich, je länger, je mehr angebracht, dass weniger Kinder auf die Welt gestellt werden, als eigentlich für eine Familie zulässig ist. von Schöpfer ist natürlich ein Gesetzeswege, das sagt pro Familie drei Kinder. Das ist ein Schöpfer, ein Gesetzesgas, nicht mehr als drei Kinder sollen auf die Welt gestellt werden. Aber durch das, dass eben eine so eine grosse Überbevölkerung ist, ist es angebracht, dass so wenige Kinder wie möglich auf die Welt gestellt werden. Natürlich, es müssen immer beide Ehepartner dafür zuständig sein, und wenn halt dann das eine nicht einverstanden ist, dann kann es dann anfangs Schwierigkeiten geben. Darum ist es notwendig, dass die Sachen eben berecht und behandelt werden. und in der Regel sollte das so sein, dass die Kinder das schon von klein auf lernen und auch ihre Meinung diesbezüglich durchsetzen tun oder lernen sie durchzusetzen und dass sie sich schon vor einer Ehe klar werden mit einem Partner oder der Partnerin, was, wie, denn eigentlich soll sie in einer Ehe sein. Genau, und die sollen ja eigentlich so Liebe einbestehen zwischen den Partnern. Richtig. Und darum ist nämlich auch die Frage, die Nächste, was ist eigentlich Liebe? Also das ist ja eben, wie es ja sehr wichtig ist, auch in einer Ehe, aber es geht ja noch weiter, Liebe. Liebe, die geht eben sehr viel weiter. Da könntest du dann das herausziehen, was ich geschrieben habe. Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, in allem mitzuleben und mitzuexistieren. Das kannst du dann auch wortwörtlich aus dem Ding herausziehen. Liebe ist also nicht einfach Gedanken und Gefühle, sondern wahre Liebe ist eine empfindungsmässige Angelegenheit, die direkt aus dem Gemüt, aus dem Geist entsteht. Und das, was Menschen in der Regel hier auf der Erde machen, sie tönt einfach durch ihre Gedanken und Gefühle, tönt sie sich eine Form von Gedanken, gefühlsmässigen Liebe aufbauen. Und die ist dann vielfach nicht beständig. Dann heiraten sie zusammen. Nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder ein paar wenigen Jahren fliegt alles wieder auseinander, erscheint es wieder, kommen Stritte über miteinander, verhauen einander. Unter Umständen gibt es Mord und Totschlag und weiss ich was alles. Eine gefühlsmässige Liebe, gedanklich gefühlsmässig aufbaune Liebe, ist also nicht das, was die eigentliche, wahre Liebe ausmacht, die empfindungsmässig im Ursprung ist. wo aus dem Geistbereich heraus, die Sachen empfindungsmässig in das Bewusstsein und in die Psyche geschaffen werden. ein bisschen öffnen wird. Ja. Da gibt es einen ganzen Schnitt. Eine andere Frage. Da geht es eigentlich darum, um das Essen von Fleisch. Muss man Fleisch essen oder soll man nicht? Wie sieht das aus aus einem tierischen Produkt? Mit Fleisch isst er sehr weg. Der Mensch ist ein Allesesser. Genauso wie zum Beispiel das Schwein ein Allesfresser ist. Und der Mensch in der Regel kriegt er die eigentlichen Stoffe, die er aus Fleisch haben muss, kriegt er nur durch tierische Produkte. Immer vorausgesetzt, er ist nicht allergisch dagegen und es gibt nicht irgendwelche Schwierigkeiten. Es gibt Menschen, die das nicht verleiden. Genauso wie es Menschen gibt. Die können kein Brot verleiden, keine Milch verleiden und so weiter und so fort. Oder keine Früchte oder kein Gemüse. Aber grundsätzlich ist der Mensch darauf ausgelegt, dass er Fleisch essen tut. Und das ist das Gesetz der Natur, dass natürlich dann Tiere töten müssen, damit der Mensch Fleisch hat. Genau dasselbe passiert in der Natur. Es ist also eine naturmässig, gesetzmässig, reguläre Angelegenheit, wenn der Mensch Fleisch essen tut. Genauso wie verschiedene Raubtiere und sonstige Tiere. Sogar vegetarische Tiere, wie z.B. Affen, diverse Affenarten, Fleisch essen. Das ist also absolut in der Ordnung. Und was den Vegetarismus und den Veganismus anbelangt. Das sind einfach so menschliche Linien, die eingeschlagen werden. Teilweise, weil sie kein Tier töten werden sollen oder weil sie kein Fleisch haben wollen, weil Tiere töten müssen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist der Mensch ein Allesesser und dazu gehört auch Fleisch. Veganismus und Veganismus, das ist einfach eine persönliche Einstellung und hat nichts mit den natürlichen, schöpferischen Gesetzen zu tun. Natürlich, schöpferische Gesetze sind darauf ausgelegt in Bezug auf die Nahrung des Menschen, dass er ein Allesesser ist und dazu gehört auch Fleisch. Genau. Bei den Kindern kann es sogar gefährlich werden, bei der Entwicklung, wenn sie kein tierisches Produkt essen. Richtig. Das ist der Wahrheit entsprechend. Nächste Frage noch ist, gibt es einen Himmel? Also, da ist der Himmel ... Es gibt einen Himmel, so wie wir ihn sehen. Nicht der, nicht der gemeint. Nicht der, der ist gemeint. Nicht der ätherische Himmel. In dem Sinne, wenn man von einem Himmel spricht, dann ist der Mensch in der Regel darauf ausgelegt, also das in der religiösen Sicht sieht, wo irgendwo ein angeblich lieber Gott leben tut oder und Engel leben tut oder und so weiter und so fort. Und der Himmel gibt es nicht. Das ist illusorisch, das ist nur religiös bedingt der Himmel. Genau. Die Engel? Und die Engel sind auch eine religiös angenommenen Gelegenheit, und die Engel in dem Sinne, wie die Religionen das sagen, existieren sie nicht. Zu früherer Zeit hat man da zu den Engeln einfach gesagt Boten. Und dann sind die Religionen gekommen, die gläubigen Menschen gekommen und haben diese Engel genannt. Aber ein Engel auch in die deutsche Sprache und in die andere Sprache übersetzt, ist nichts anderes als ein Boten. Und von früher her, wo gewisse Ausserirdische noch auf die Erde gekommen sind, dann hat man denen gesagt Wächterengel, also Wächter und Boten zu Griech. Und Schutzengel? Schutzengel gibt es überhaupt nicht. Schutzengel, das ist auch eine Erfindung der Religionen und Sekten. Jeden Schutzengel, den es gibt, ist der Mensch sich selber. Durch seine Gedanken, durch seine Gefühle, durch seine Psyche, durch sein Bewusstsein, respektive einfach durch seinen Mentalblock, den er selber tut, durch Verstand und Vernunft entscheiden, was er in richtiger Art und Weise machen soll. Und wenn irgendwelche Sachen kommen und er blitzartig denken, ohne dass er es merkt, also unbewusst denken und unbewusst die Kühle auslösen, und alles richtig macht, dann beschützt er sich selber. Es ist nicht irgendwie ein fremder Schutzengel, wie die Religionen und Sekten das behauptet. Das gibt es nicht. Der Mensch selber ist sein eigener Schutzengel. Und wenn wir schon bei den Engeln sind, auf der Erde gibt es verschiedene Religionen und verschiedene Götter, bei den Hindus ganz viel und so, ist es dann eigentlich mit Gott oder mit den Göttern? Also im Sinn von dem, wo Religionen einen Gott, eine Göttin oder einfach Götter nennen, das ist illusorisch, das gibt es nicht. Es gibt weder einen Gott noch gibt es Götter, es gibt nur Götze. Und Götze ist alles das, was der Mensch arbeitet. Ein Götze kann also auch ein Mensch sein, der angebetet wird. Ein Götze kann eine illusorische, fantasievolle Gestalt sein, wie zum Beispiel ein Gott genannt wird von den Religionen und so weiter und so fort. Es kann ein Gegenstand sein, es kann ein Auto sein, es kann ein Haus sein, ein Mensch sein oder sonst irgendetwas, das angebetet wird. Und das ist dann Götzertum. Und das, was als Gott angebetet wird, ist auch Götzertum. Denn ein Gott ist nur eine angenommene, fantasievolle Gestalt. Es gibt in Wirklichkeit keinen Gott, sondern es gibt nur Schöpfung, universalbewusstsein. Und das ist reine geistige Energie. Und die tut über den Menschen nicht wachen und nicht dirigieren. Denn der Mensch tut das über sich selber ausüben. Er tut selber über sich wachen und über sich dirigieren. Und er sagt sich selber, der Mensch, was soll sein und was er machen soll und so weiter und so fort. Alles, was geht und läuft, was der Mensch machen tut, das ist seine eigene Entscheidung. Und daraus trägt er auch seine eigene Verantwortung. Es ist also nie im ganzen Universum irgendwo ein Gott in der Form, wie Religionen und Sekten das darstellen. Es gibt nur einen Gott, der fantasievoll erfunden worden ist als imaginäre Nichtgestalt, die dann eben von den Menschen religiös und sekterisch angewendet ist. Das sagt, der Mensch immer seltenlich ist für das, was er tut. Er ist immer selber in jeder Beziehung, was auch immer geht und läuft, was passiert, was der Mensch unternimmt. Das tut er durch eigene Entscheidung, das hervorrufen, das durchführen usw. Folglich er für alles und jedes, was geht und läuft in seinem eigenen Leben, aus seinen eigenen Entscheidungen kommen. Er muss vollkommen im ganzen Rahmen Verantwortung selber tragen. Es gibt ja keinen Gott, der irgendetwas dirigiert und eine Verantwortung tragen will für den Menschen, sondern es ist immer nur der Mensch sich selbst. Wie ist es mit dem Tod? Muss man sich vor dem Sterben fürchten? Warum muss man überhaupt sterben? Vor dem Sterben muss man sich nicht fürchten. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang, wie das auch bei den Pflanzen passiert. Nur dort funktioniert es ein wenig auf einem anderen Weg. Sie wachsen und brühen und bringen die Früchte und im Herbst sterben sie wieder ab. Sie treiben im Frühling wieder neu zu treiben, wieder neu zu wachsen, wieder Brüte und Früchte bringen usw. Und zwar so lange, bis die Pflanze eines Tages eingehen. Und genau dasselbe macht auch das gesamte Universum, also die sogenannte Schöpfung universalbewusstsein. Und genau dasselbe macht auch der Mensch. Der Mensch ist genau wie die Pflanzen. Er geht abends ins Bett und schläft und ist am Morgen wieder ausgeruht, erholt und für neue Daten fähig. Genau so wie die Pflanzen das vom Frühling bis Herbst und wieder bis zum nächsten Frühling und wieder nächsten Herbst macht. Die ganze Natur, alles Leben macht genau dasselbe. Auch die Schöpfung universalbewusstsein macht genau dasselbe. Und wenn der Mensch sterbt, dann bedeutet das, dass seine Geistform in den Jenseitsbereich geht. Die alte Persönlichkeit, die in einem materiellen Körper gelebt hat, wird aufgelöst durch einen sogenannten Gesamtbewusstseinblock, der zur Geistform gehört im Jenseitsbereich. Und daraus entsteht ein neues Bewusstsein und eine neue Persönlichkeit. Und aus dieser neuen Persönlichkeit ist das Volk, dass diese inkarniert wird in einem neuen Menschenkörper, wenn wieder ein neuer Mensch geboren wird. Am 21. Tag nach der Zeugung wird die neue Persönlichkeit mit dem neuen Bewusstsein zusammen mit der Geistform im neu zeugten Körper, also im Mutterlieb, einziehen und die neue Lebensform beleben. Es ist also, der Tod ist also genau das, was auch in der Natur passiert, wenn der Baum oder die Pflanzen oder was es dann ist, absterben tut, dann wirft sie ja neue Samen aus und aus diesen neuen Samen entsteht dann wieder ein neuer Baum, es entstehen wieder neue Pflanzen. Es ist genau dasselbe auch beim Menschen so, es ist genau dasselbe bei allen Tieren so, bei allen Insekten, bei allen Vögel, bei allen Fischen und alles, was da schleicht und kreucht und fleucht, das ist überall genau dasselbe. Im nächsten Leben ist das Wissen zum vorigen Leben oder überhaupt zu allen vorigen Leben ausgelöscht und das ist so lange, bis der Mensch bewusstseinmässig so hoch entwickelt ist, dass er sich zurechtfinden kann mit dem, was in seinem früheren Leben geschehen ist und passiert ist. Und durch das, dass der Mensch wiedergeboren wird, wird ihm durchs Unterbewusstsein ein Teil von den Essenzen aus dem früheren Leben mitgeben, folglich also er nicht als unwissend auf die Welt kommt, sondern als lernfähige Persönlichkeit und sich weiterentwickeln kann und bewusstseinmässig evolutionieren. Man kann aufbauen auf dem alten, was früher war. Genau wie eine Pflanze aufbauen auf dem, wenn sie neue Keime tut, kann sie ja aufbauen auf dem, was die alte Pflanze zurückgelassen hat und das ist der Samen. Genetik dann so. Ja. Also gibt es gar keinen Grund, dass man Angst haben muss vor dem Sterben? Es gibt überhaupt keinen Grund zum Angst haben vor dem Sterben. Und der Tod, weil man ja nicht verloren ist, ist ja nicht die Energie verloren. Richtig. Ja. Dann kommen wir zum Abschluss. Da geht es darum, ob du noch irgendetwas hast, das du findest sehr wichtig für jeden Menschen oder für jedes Kind im Leben zu behalten. Es ist von Kind auf notwendig, dass jedes belehrt wird und zwar in richtiger Art und Weise. Schöpfer ist natürlich ein Gesetz und Gebot, damit das Kind wachsen kann, in seinem Bewusstsein sich entwickeln, Liebe entwickeln, Frieden entwickeln, Freiheit entwickeln, Harmonie entwickeln. Mitgefühle entwickeln für sich selber und für alle Mitmenschen, für die ganze Umwelt, für die ganze Natur, für die Tiere, für die Pflanzen und für alles was überhaupt existent ist. Auch für den Planeten, auch für das Universum und so weiter und so weiter. Es gilt also für jedes Kind zu lernen, was ganz richtig ist, was ganz positiv, was ganz gut ist und alles das, was positiv und gut ist, ist, dass es zur Wirkung bringt, damit der Mensch selber, also das Kind selber, auch wenn es erwachsen wird, in dem hinein tut leben, wo es im positiven, rechten und guten Sinn gelernt hat. Und das auch weiter trägt zum Nächsten und in die Welt heraus, in die ganze Umgebung oder eben wie gesagt in die gesamte Welt heraus, dass endlich einmal auf dieser Welt das wird, wo man sagt, es ist notwendig, dass Liebe, Frieden, Freiheit, Harmonie, Mitgefühl, Zuversicht und alles das existieren tut, dass das alles wirklich wird und die Welt einmal friedlich wird. Und sich jedem Menschen bewusst wird, was er überhaupt zu tun hat im Leben, wie er muss leben, dass alles so zu funktionieren kommt, wie die schöpferischen Gesetze, die schöpferischen natürlichen Gesetze und Gebote. Das tun vorgeben in der Natur heraus, im Universum heraus und so weiter und so fort. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. 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 Dankeschön.